Einen Haufen Heiltränke, die wir dann oben lassen könnten. Also ja, mal aussortieren, was wir alles nicht unbedingt mitschleppen müssen. Das sind die Heiltränke. Auch die Scrolls of Healing brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir noch eine Scroll of Town Portal übrig? Nein. So, Zeug, das wir verkaufen können. Noch identifizieren müssen. Also eine Scroll of Town Portal und zwei Scrolls of Identify haben wir hier. Der Rest ist alles Heilzeug. Ja, gut. Du hast nichts zu sagen. Steig für einen Moment. Ich habe eine Geschichte, die du interessiert findest. Ein Caravan, der für die oberen Königkeitschein war, passierte hier einiges vor. Es war ein Stück der Himmel, der auf die Erde folgte. Die Caravan wurde angestellt. Die Caravan wurde angestellt von Kloaked-Riders, nur im Norden hier, über die Straße. Ich schaute die Kloaked-Riders, aber es war nicht irgendwo gefunden. Wenn du ihn findest. Wenn du ihn findest, dann glaube ich, dass ich etwas von dir auswendet bin. Wow, was kann ich für dich tun? Ja. Ja, also eine Caravane wurde in der Nähe überfallen von schwarzen Reitern. Von denen haben wir ja auch schon mal gehört. Äh, und die Caravane soll angeblich ein Stück des Himmels, also irgendeinen Meteoriten, bei sich getragen haben. Und Rissford meint, er könnte aus dem Sternenmetall was schmieden. Grüß Gott, Herr Master. Willkommen in der Tavern des rückenden Sonnen. Was sagst du dazu? Die Caravan stoppt hier, um ein paar Suppe zu nehmen, um ihre Reise nach dem Osten. Er sagt, dass die Caravane hier gehalten hat und der ihnen Vorräte verkauft hat. Mehr nicht. Guten Tag. Was sagt sie dazu? Ein Caravan von sehr wichtigen Leuten stoppt hier, aber das war schon lange vor. Sie hatten strange Akzente und waren auf einer langen Reise, wie ich erinnere mich. Ja, sie meint, dass die, ähm, Leute der Caravane wichtig schienen, aber mit einem komischen Akzent gesprochen haben. Und sie fragt sich, wie ich noch was Wertvolles da finden möchte. Ja, wenn die schwarzen Reiter oder die vermummten Reiter halt aus den Höhlen gekommen sind, dann ist es ja klar, dass ich wieder in die Höhlen muss. Psst, über hier. Wenn jemand etwas aus dieser Röcke machen kann, Griswold kann. Er weiß, was er macht. Und so viel, wie ich versuche, seine Kunden zu stehlen, respektiere ich die Qualität ihres Arbeit. Ja gut, Wirt meint, dass Griswold der Einzige ist, der was draus machen kann. Und dass er gerne Griswolds Kunden klaut. Wobei, wir werden selten was bei Wirt einkaufen, denke ich mal. So, Päppchen, was hast du dazu zu sagen? Was tut dir, mein Freund? Ich weiß nicht, was es ist, die glaubten, dass sie mit dieser Röcke sehen konnten. Aber ich will sagen das. Wenn Röcke aus dem Skull fallen, wäre es besser, dass du vorsichtig sein würdest. Päppchen hat keine Ahnung, was sie mit dem Stein vorhatten, aber man sollte mit Himmelsstein vorsichtig sein. Kurz gefasst. Ich hatte einen schönen Röcke. Es war ein sehr schreckliches Röcke. Blut und grün und roh und silber. Ich erinnere mich nicht, was zu ihm passiert. Ich habe wirklich diesen Röcke. Er redet nur über einen Ring, den er mal hatte und jetzt vermisst. Ach ja, Deckard Cain soll identifizieren. Verkaufen. Hallo, mein Freund. Griswold spricht über die Hevenstunde, die für die Enclave in der Osten befestigt wurde. Es wurde dort für weiter Studie genommen. Diese Stunde glüht mit einer Energie, die irgendwie eine Vision außerhalb davon gegründet wurde, die ein normaler Mensch haben. Ich weiß nicht, welche Zeichnisse es hat, mein Freund. Aber finden diese Stunde würde sicherlich die größte wertvoll sein. Okay, Cain hatte mehr dazu zu sagen. Nämlich, dass der Stein für die Enklave im Osten gedacht war und dass er besondere Kräfte hatte, aber er kann nicht genau sagen, welche. So, und die beiden Sachen identifizieren und verkaufen. Wow, was kann ich für dich tun? Den da nicht. Premium Items, Hitpoints, Axthelm. Die Armor wäre nicht schlecht. Versist all. Versist lightning und plus 7 vitality. Nehmen wir die. Wow, was kann ich für dich tun? Wir verkaufen das Teil. Er verkauft sein Zeug wenigstens, ähm, ganz, also heile. So, jetzt wieder zu Edwia. Ich schaue eine Seele in der Suche von Antworten. Scroll of Firewall kann weg. Scroll of Firewall. Portion of Mana. Portion of Mana. Noch eine Portion. Scroll of Infravision. Stuff of Magic. So. Jetzt haben wir noch die beiden Identify und Townport Scrolls. Oh, was hat sie zu dem Stein zu sagen? Soul in Search of Ant. The Heavenstone is very powerful. And were it any but Griswold, who bid you find it, I would prevent it. He will harness its powers and its use will be for the good of us all. Okay. Also ja, wär's nicht Griswold, würde sie uns davon abhalten, den Stein zu finden. Weil sie denkt, dass Griswold damit in der Lage ist, was zu erschaffen, was uns allen helfen würde. Und ja, in Diablo 1 lagert man so seine Items. So. Hi. Oh, Flatterviecher. Oh, hinten. Also ja, die heißt nicht umsonst so. Die heißt nämlich genau aus dem Grund so, weil man sie normalerweise nicht sehen kann. Sie machen sich eigentlich normalerweise ganz unsichtbar. Blink. Ein Blinzler. Okay. 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 Und ja, man merkt langsam, Gegner werden mehr. Gegner werden auch noch schon ein bisschen stärker. Und vor allem sie werden zielgerichteter. Viele Gegner laufen ja nicht gerade schnurstracks auf uns zu. Oder sind's bis jetzt nicht so. Quiltet Armor? Nicht unbedingt. Push noch Healing. Er. Wow, das hat mich gut verfehlt zum Glück. Oh Gott, eben seine Tür ist offen. Das ist nicht gut. Oh Gott. Lauer Klapp. Ach, das ist gar Abarth. Okay. Hier ist übrigens ein Durchgang. Oh, hi. Äh. Ich brenne mir auch jetzt gerade so auf, dass man da durchgehen kann. Oh Gott. 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 Und ja, Gabert. Das heißt, das zweite, äh, die zweite Quest aus der, aus dem Butcher, äh, Pool, ist hier. Das erklärt, warum, ähm, Ähm, Okten, keine, äh, Quest für uns hatte wegen seinem Tavernenschild. Weil, ja, das kann ich mal wenigstens in der, in dem Questpool mal vorspawinern. Es gibt drei Quests in dem, im ersten Questpool. Den Butcher, äh, Butcher. Den haben wir schon getötet, das war die erste. Die zweite ist Garbutt hier. The Weak. Also Garbutt der Schwache. Und die dritte ist für unseren Tavernenbesitzer, sein Tavernenschild wieder zu besorgen. Die Quest fällt dann wohl flach, weil wir ihn hier gefunden haben. Please, no hurt, no kill, keep alive, and next time good, bring to you. Ja, er sagt no kill, no hurt. Please, please, no hurt, no kill, keep alive, and next time good, bring to you. Ja. Lassen wir mal am neben. Oh, ein Cape. Wir müssen uns nur merken, wo er war. Nämlich dort. Und ja, sobald wir die nächste Ebene, Ebene gefunden haben, gehen wir mal kurz runter. Und kommen wieder hoch. Das sollte nämlich genau das triggern. Squall of Tarnkaupe, das ist immer gut. Dark Exide, oh ja, Storyfetzen. Immer gut, den zu haben. Gucken wir uns erstmal hier um, nicht, dass es was nerven kann. Eine Flash Scroll, also eine Blitz Scroll. Flash ist eigentlich ein ziemlich mächtiger Zauber, werden wir später noch herausfinden. Wenn wir mal gegen einen von den späteren Bossen kämpfen. So, tanken wir uns mal kurz voll. So, Dark Exide. So, it came to be that there was a great revolution within the Burning Hells, known as the Dark Exide. The lesser evils overthrew the three primevils, and banished their spirit forms to the mortal realm. The demons Belial, the lord of lies, and Asmodan, the lord of sin, fought to claim rulership of hell during the absence of the three brothers. All of hell polarized between the factions of Belial and Asmodan, while the forces of the high heavens continually battered upon the very gates of hell. Also ja, es geht darum, die drei großen Übel, oder die drei großen Bösen, also Diablo und seine Brüder, wurden aus der Hölle durch einen Putsch verbannt. Und die geringeren Bösen, haben sich hinter zwei formiert, nämlich hinter Asmodan und Belial, Gott der Sünde und Gott der Lüge. Und die haben halt dann einen Bürgerkrieg geführt, während die Truppen des Himmels an der Höllenpforte geklopft haben. Also ja, das Böse eben. So, das war das Int, was ich haben wollte. Ja, schon wieder hidden. Okay, gucken wir uns erst hier unten um. Ja, die Jungs vom Flash-Clan, die sind jetzt hier auch ein bisschen regelmäßiger. Aber zum Glück werden wir ja auch immer stärker. Small Axe, wie sieht's hier aus? Ach, die Small Axe ist neben sechs Slots weg. Das ist ein bisschen doof. Breitschwert. Wieder ein Burning Skeleton. Und sonst nichts hier drin. Gucken wir mal hier. Hier ist auch nichts. Gut. Das heißt, da haben wir gecleared. Da und da oben haben wir noch jede Menge zu clearn. Gucken wir aber erstmal, was hinter der Tür hier ist. Okay. Engpass ausnutzen. Naja, zum Glück kann die KE nicht ganz so gut mit Türen umgehen. Oh, ne Schatzkammer. Ne Schatzkammer habe ich immer gerne. Hier legt sonst nichts mehr herum. Cloak, nö. Gut, das heißt, hier ist alles aufgeräumt. Wir können uns hier noch ein bisschen umpuppen. Ja, und dann lassen wir uns jetzt hier mal ein bisschen zurückfallen. Wieder hier. Am besten hier zu dem... Oh, hier ist der Weg runter. Gut, das heißt, wir gehen kurz runter. Und mal sieht, wir sind... Oh, und nicht nur, dass wir den Weg nach unten gefunden haben. Wir haben auch den Weg gleich in die Stadt zurück. Das ist noch praktischer. Tada! Heilkühe. Ja, Katakomben. Ist der nächste Abschnitt. Also, die Kellergewölbe mehr oder weniger. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier zum Brunnen gehen. Also, erstmal mit... Pepin. Du hast doch... Ja, du bist Okten. Genau. Habe ich den Namen doch noch richtig ausgesprochen. Wie wir uns von Pepin heilen lassen. Hier speichern und einen Cut machen. Bis gleich.